Willkommen zurück auf meinem Kanal. Stoffel van Dornen wird 2019 nicht mehr für McLaren an den Start gehen. Das hat der britische Rennstall heute offiziell verkündet. Keine zwei Stunden später ist sein Nachfolger bekannt. Es ist kein geringerer als Formel-2-Pilot und Testfahrer Lennon Norris. Der 18-Jährige bestritt die jeweils ersten Trainings von Belgien und Italien im MCL 33. Sainz und Norris bilden mit ihren 21 Jahren im Altersschnitt die jüngste Fahrerpaarung, die es je bei McLaren gab. Was van Dornen angeht, könnte er Gerüchten zur Folge bei Toro Rosso unterkommen, da man dort neue Piloten sucht, da Pierre Gasty zu Red Bull aufsteigt. Der Welker ist zwar kein Red Bull Junior, aber schloss in der Formel Renault 2012 und 2013 gegen Red Bull Junioren positiv ab. Beim Red Bull-Schwesterteam ist der ehemalige Pilot Daniel Kwiat übrigens Favorit auf eines der Cockpits. Red Bull-Sportchef Helmut Marco hatte das offen beim Italien Grand Prix bestätigt. Aufgrund von zu wenig Alternativen könnte der Russe wieder für Toro Rosso an den Start gehen. Wie steht ihr zu Norris und McLaren? Könnte van Dornen eurer Meinung nach bei Toro Rosso landen? Meinungen wie immer in die Kommentare. Und ab zum nächsten Thema, da Lawrence Tron mit seiner Investorengruppe Force India übernommen hat und seinen Sohn sehr wahrscheinlich mit dorthin nimmt, wäre der Nachfolger bereits bekannt. Der Pilotentausch würde zwar erst in einigen Wochen stattfinden, da es zum Force India-Verkauf noch viele Fragen zu beantworten gibt. Williams Technik-Chef Paddy Lowe bestätigte in Monza, dass Robert Kubica dieses Cockpit bekommen wird. Für den Polen wäre es nach 2010 wieder ein Jahr mit einem Stammcockpit. Damals war er für Renault unterwegs und hatte einen Ferrari-Vorvertrag. Aber aufgrund eines schweren Rallye-Unfalls kam es nicht dazu. Er traute sich letztes Jahr erst wieder zu, einen Formel-1-Boliten zu testen. Eure Meinung zu Kubica und Williams wie immer in die Kommentare. Das war's mit den Formel-1-News. Sollt es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!